Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2170, mit mir Kader Zockt und Bloody Wintertel. Bloody Wintertel. Bei uns geht's grad voll ab, ja? Ähm, uns fehlt nämlich Kohle. Also mir. Also mir nicht. Aber mir. Ja, mir nicht. Hier ist Kupfer und Kupfer und... Ah, hier ist noch mir. Boah, das sieht voll komisch aus. Jetzt ist es in der Mittagszeit eingestellt im Leuchtturm und es sieht voll komisch aus. Total blass, farblos. Ach so. Voll hart, so als ob das voll anders wäre als sonst, aber das ist der Standard. Ja. Der andere, das arbeitet viel mit den Farbübergängen und so, ja? Ja, ja, ich weiß, die... Sättigung und so. Die arbeitet viel mit Sättigung und... Achtung, Produktionsstillstand. Das war was, ja. Wieso habe ich denn nie genügend Glas? Ja, das Monument braucht ja anscheinend Glas bei dir gleich auf Stufe 1. Nee, das braucht nur Bohrer und Bauzelle. Ja, ja. Jetzt auf einmal. Boah, hat es noch Glas gebraucht? Nee. Ja? Nee, nee. Ich habe gesagt, ich weiß, wo das Glas hingeht, aber ich durfte dir nicht sagen, wo. Jaau. Und dann hast du hier gleich nach der letzten Folge angefangen zu weinen. Es tut mir leid. Was ist das? Robotikanlage. Uh, das klingt interessant. Oder? Das ist mir neu, aber dann brauche ich Mais. Kann ich das? Mais? Anbauen? Nö. Scheiße, dann brauche ich Oberinsel. Ich denke nicht. Ich habe keine Insel, wo man Mais bauen kann. Das ist eh keine gute Idee. Warum? Nein, so? Weil du nur, weil du irgendeine Insel brauchst, die dir nicht zusteht. Das ist tatsächlich so, dass ich... Ah, doch, hier oben habe ich eine, wo man... Ja, dann bauen wir hier mal Mais, oder? Nicht genügend Baumaterial! Oh, oh. Nein! Ja, dann machen wir alles, komm. Die Insel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann fahren wir rüber zu der. Holen wir uns hier. Dann machen wir halt auch mal, was wir so machen können hier. Hm. Dabei machen wir es schon ganz schön argwöhnlich, gell? Argwöhnlich. Ja. Schon mal vorkommen. Guten Tag, Professor Devi, mein Name. Wir von SAAT freuen uns schon auf eine konstruktive Zusammenarbeit. So, was haben wir denn hier? Okay, danke. Tschüss. Wie, tschüss? Ja, irgendjemand hat da gerade gemeint, der freut sich auf eine Zusammenarbeit mit mir und bla bla bla. Okay. Und ich dachte nur so, ach, komm. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß, habe ich mir nur gedacht. Na gut. Okay, passt natürlich. Guck mal denn da. Halt, das hätte ich weiter oben hin, dann hätte da vielleicht doch noch das vierte Ding hinpassen. Fahrzeug fertig. Fahrzeug fertig. Ganz ruhig. Mein Atomkraftwerk dreht gerade wieder ein bisschen durch. Bitte nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, vielleicht mal abreißen. Nee. Oder mal aufhören, die ganze Strasstasche durchzuführen. Das geht nicht so einfach, das Ding abzuschalten. So ist Tschernobyl auch hoch gegangen. Ja, ich habe hier zwei von den Dingern stehen. Ja, geil. Aha. Bitte nicht. Wird es ihm gleich ganz anders. Bitte. Also jetzt nochmal. Hier Eisen haben wir voll und voll und voll und ganz. Voll und ganz. Ja. Aber die Kohle fehlt. Jetzt kommt Kohle rein. Oh, na gucken wir mal, was für Inselanteile wir noch kaufen können. Genau. Ich brauche Rohre. Rohre waren hier bei Bohrer. Bohre? Rohre. Sind keine Rohre. Bohre. Natürlich sind das Rohre. Malz. Ja. Achtung. Anteilsverlust am Gegner. Nee. Wie kannst du schon wieder was kaufen? Jetzt mal im Ernst. Nee, nicht im Ernst. Das geht doch nicht. Du hast es jetzt drauf angelegt. Wieso kannst du viel schneller Anteile erwerben wie ich? Wie gesagt, ich habe einen Cheat eingegeben. Das glaube ich so langsam wirklich. Hey. Gut, gell? Ist es dein Ernst, oder? Ich weiß nicht. Das zahlst du mir bitte. Oh, ich will bei einer VK klicken. Hallo? Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Pass mal auf mit dem Scheiß. Was? Mag ich gar nicht. Rekta. Äh. Ziemlich einfallsreich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das überrascht sogar mich. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, oder? Was? Hallo? Das sind doch mal Neuigkeiten. Auch das Geld. Hallo? Ich bin gerade hier am Lest, okay? Ja, irgendwie verwirrt es dich. Pass auf. So wird es enden. Sie haben ein Angebot? Okay. Okay. Gegen 4000 bietet er mir das an. Ja. Was hätten Sie sich so gedacht? Nee. Was schlagen Sie vor? Also bestimmt nicht. Mir leid. Wo geht das nicht? Sie brauchen also was von mir? Okay. Das ist zu offensichtlich, wenn es jetzt schon kommt. Was ist denn das jetzt hier alles? Hallo? Was ist das? Diplomatie. Nee, da halte ich nichts davon. Ein schlechter Scherz. Aha. Oh, ich habe ja auch viel Geld gekriegt dafür, gell? Hä? Gar nichts gemacht. Was denn? Weiß ich auch nicht. Alarm, Feuerausbruch. Ach, Feuerausbruch. Schon wieder. Feuerausbruch. Komm, brennt doch ab. Ist doch mir egal. Ganz ehrlich. Ja, eben. Das bringt mir nichts mehr. So, die Straße von der Tilda Jorgensen, die benutzen wir noch. Was? Sind wir immer noch drauf, oder wie? Ja, die Straße sind blieber. Aber ich kann die nicht benutzen. So wie es aussieht. Nee, ich kann die Straße nicht benutzen. Toll. Danke, Tilda, für nichts. Das sind doch mal Neuigkeiten. Was denn? Wie war es denn? Als Entschädigung erhalten sie... Was? Das überrascht sogar mich. Ist das echt so erzwingt? Ich kann keine Inseln mehr besiedeln. Nee. Hallo. Haut zwar aus, gell? Sie brauchen also was von mir? Und scheiße, oder? So eine Dummheit. Hallo. Dann lasst es ihn mal hören. Was heißt es? Keine Ahnung. Dummheit. Will aber nicht. Sie haben ein Angebot? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, keine Ahnung. Hä? So was habe ich echt nicht... Nein. Keine Credits. Das hätte ich so gedacht. Jetzt hättest du aber fast OK drücken. Ja, hätt ich auch. Wenn du mal klickst, dann klicke ich da oben immer auf OK. Scheiße, ich da. Ich drücke immer auf Nein. Bei mir ist das voll der Vorteil. Ach, scheiße. Okay. Ja, aber da der Herr nicht lernen will, muss man da einfach mal zu ganz radikalen Methoden greifen. Bitte! Du bist teuerst halt einfach total grad, ne? Ähm, bitte! So. Augenblick noch. Oh Gott, mich ist grad feier. Ich hab' dann aber gesehen, wo es jetzt explodiert ist. Ah ja, Großbrand in der Hauptstadt. So heißt die Folge, oder? Ähm... Wie schaut das aus? Ähm... Das ist ja eigentlich lächerlich, komm. Der Einschlag ist lächerlich gewesen. Ganz ehrlich. Nee, das hat meine ganzen Exekutors tötet. Die leben bestimmt noch. Alle hier glauben an ihre Vision. Die leben noch. Wieso hat dein Monument nichts abgekriegt? Ja, das... Das bleibt standhaft. Ja? Und dass meine zweite Rakete auch aushält. Ähm, hast du... Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Ist das dein Ernst, oder? Hallo! Ist das dein Ernst? Schön, Sie zu sehen. Nö. Eigentlich nicht. Was steht an? Leg los! Ja, mir Inseln klaut, Inselanteil, da unten waren auch noch verbietet, mit anderen Parteien zu handeln. Der braucht sich nicht wundern. Der Anno ist zwar ein friedliches Aufbau-Spiel, aber es kann auch anders. Sie wissen, was man... Mein Vorschlag. Was ist jetzt wieder? Weiß nicht. Angriff. Angriff? Du hast irgendwelche fliegende Dinger. Hab ich gar nicht. Wo kommt das Ding her? Ich mag Flugeinheiten eigentlich gar nicht. Ja, das ist... Mach mal eine Ausnahme heute. Oh, der Brand, der brachet sich aber ganz schön aus in deiner Siedlung hier. Sieht übel aus, würde ich sagen. Also Leben entsteht hier nicht mehr. Eine Entscheidung ganz... Echt super. Oder wie sehe ich das? Ihre Einstellung gefällt. Gib mir doch die verdammte Hilfsflotte! Nee. Nicht du! Ach so, okay. Du brauchst mir gar nichts geben. Jetzt geht's dann los. Ich hab nur ein bisschen... Ein bisschen Insel hin und her und so. Ein bisschen Insel, wie nennt du das? Ja, und... Das ist ja die Höhe. Hallo? Du hast angefangen. Du hast mir die Hauptinsel abklaut. Bitte? Ich hab sie bereits erwartet. Ich hab gar nichts geklaut. Deine Hauptinsel gehört immer noch dir. Wenn ich das sehe. Jetzt mal ganz im Ernst, ja? Ja. Was denn? Ja, was denn jetzt? Ehrlich? Hallo? Warum kannst du so schnell... Dinger bauen? Achtung! Anteilsverlust am Gegner. Du bist bei der ganzen Sache viel schneller als ich. Du kannst schneller Anteile kaufen. Ja, ich bin halt einfach auf... Gell? Nee, das hat doch gerade mit nichts zu tun. Wenn ich einen Anteil kauft hab, brauch ich 10 Minuten, bis ich wieder einen Anteil kaufen kann. Jetzt werden mir auch Sachen unterstellt noch zusätzlich. Ja. Das artet echt aus. Ja, hallo? Nee. Es geht doch nicht. Da spiel ich nicht mit bei sowas. Feuer entdeckt. Was? Feuer? Natürlich das ganze Ding brennt. Das ganze Dorf brennt. Und jetzt brennt natürlich noch irgendwo ein Haus, wo gar nichts war von Krieg. Warum braucht es 10 Minuten, bis ich wieder irgendwas kaufen kann? Das geht doch nicht. Kater tickt aus. Erwarte Ihren Befehl. Ich glaub, mir hackt Aufwertung. Kann ich nix machen hier? Politik. Ja, komm. Ich kaufe mir das. Ich habe auch nichts in der Schulung. Die Leistung der Sicherheit. Ja, ist doch scheißegal, was du willst. Komm. So und so und so und so. Ich weiß nicht, was das ist. Aufwertung. Meine Bilanz ist im Minus. Kann ja nicht sein. Natürlich ist die im Minus. Ja, bei einer Million Credits kann man das mal ein paar Minuten verkraften, würde ich sagen, oder? Ich habe keine Million gehortet. Ja, schön. Ja. Es sind nur ein paar andere. Energie einer an. Achtung. Produktionsstilz. Hätte ich mich doch bloß mit der Chill da zusammen durch. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Die werden sehen, dass man den, die werden von der... Einfach genial. Der hat gerade gesagt, für dich heute ein Clown gefrühstückt. Oh, so eine dumme Idee können wirklich nur sie kommen. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, oder? Aber so witzig war das auch nicht. Und wieder, hallo, die Clown-Sprüche ist schon langsam. Ach, leck mich doch. Nimm doch einfach mal an. Also ich habe gerade mal einen Bruchteil von dem Geld, aber ihr gebt mir nie was ab. Ja. Da entstehen halt Spannungen, das ist ganz normal. Ja, genau. Ich glaube, es geht los. Ich kann wenigstens meine Stadt modernisieren. Ach so. Ja, guck, ich habe dir nur gegriffen eigentlich. Ja, ja, ja. Guck, wie viel Platz da ist. Kann man so viele schöne Dinge reinbauen jetzt. Ich will gar nichts von dir wissen, gell? Alles im Lot? Nix ist im Lot. Ach, das geht schon wieder. So hart war das doch gar nicht. Meine Bilanz, die sinkt immer weiter. Ja, warum denn? Ja, keine Ahnung. Die ziehen aus. Die sind halt unglücklich bei dir. Ja, warum? Nun, weil da mal Atomexplosion war, oder? Ja. Ja, scheiß doch die Henne an. So was kann passieren. Nukleare Unfall. Ja, so was passiert schnell, ich weiß. Und ich kann mit meiner Flotte nicht einmal deine Flotte angreifen. Was soll denn das? Ja. Da bin ich dran schuld, gell? Ja, aber warum kann ich denn überhaupt keinen Angriff machen? Ja. Weil die diplomatischen Handlungen einfach untersagt sind jetzt. Ja. Das war deine Entscheidung. Ah, du bist's. Ja. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Das war nicht so toll. Ich weiß nicht, wie ich die Arche aufbessern kann. Arche? Ja, die Arche. Ich hab da gar nichts drin. Aufwertung. Ich kann hier nichts auswählen oder sonst irgendwie. Wo krieg ich denn so eine Aufwertung her überhaupt? Dann musst du deine Forscher mal hochzüchten und mal was forschen dazu. Hallo? Wie denn? Wo hab ich denn Forscher bitte? Ja, wahrscheinlich noch gar nicht. Aber das wundert mich ja nicht. Was ist? Aber da ist wieder irgendein Brand ausgebrochen. Du willst doch nur wieder klicken, geil, oder? Kann das sein. Denn Hauptsache, in jeder Folge bricht irgendwo ein Feuer aus bei dir. Ist doch unglaublich, oder? Wie kann das zehn Minuten gehen, Mann? Na, ich könnte gleich wieder einen Anteil kaufen. Sehr gut. Items, Handel, Items. Lederne Augenklappe, pink mit Lidl und Katzenmotiv. So ging's mal noch gut, ne? Aber am Anfang hast du mir das noch geschenkt. Setz es doch ein, einfach. Wie denn? Was denn? Ich verstehe nicht. Ich glaub, ein Schiffs-Item, damit kann man nichts machen. Ja, toll. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Tolles Geschenk von dir. Wirklich. Danke. Ja. Ja. Ich bin auch hilflos gegen solche übermäßigen Mächte. Ja, okay. Hilflos. Ja. Ja, sehr hilflos bin ich da. Vor allem, kann das eigentlich sein, dass du zwei, das ist mir jetzt gerade erst in den Kopf gekommen, aber kann das sein, dass du zwei Rakete-Abschuss-Basen hast? Kann sein, ja. Aha. Nicht gut. Ja, wie soll ich denn da noch irgendwas ausrichten gegen dich? Das weiß doch ich jetzt nicht. Du zerstörst einfach mal halbe Stadt. Was mach ich? Ja, du hast einfach mal halbe Stadt. Du hast mir alle Executives genommen, die ich überhaupt hatte, ja? Die hab ich halt exekutiert, die Executives. Ja, ich hab jetzt unter das nicht mehr im Reiter drin, ne? Im Reiter? Ja, im Reiter. Ich kann von denen nichts mehr bauen. Das macht doch nix. Ja. Das ist so schlimm jetzt. Für mich eigentlich schon, ja? Würde ich schon sagen, ja? Hm. Hallo. Das überrascht sogar mich. Das überrascht sogar mich. Einfach genial. Kann ich mal aufhören jetzt? Ja. Ich glaube, es geht los. Bin mir jemand nicht mehr so witzig gerade gegangen. Nee, ich bin nicht mehr witzig. Kann ich nix dafür. Heute nicht mehr. Spielen wir dann bald eine Runde Counter-Strike. Dann sehen wir ja, wer hier. Und so. Kann man mit irgendwelchen anderen Spielen abletten hier. Fruchtbarkeit nicht mehr verfügbar. Hallo. Hallo. Hättest du da wieder was übernommen hier? Übernimmt doch das schon wieder was. Ah, schön. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst, oder? Ja, doch. Insel Überschreibung. Ist das so schön, oder? Das ist schön. Ja, jetzt läuft das hier wieder. Ja. Ja, ich muss da jetzt wieder irgendwo Bewohner aufbauen. Da brauche ich den Platz. Mhm. Ja. Ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ha? Dann guck mal auf der Hauptkunde, was da jetzt passiert. Was sind doch mal Neuigkeiten? Äh, wo? Oh, fuck. Uh. Es wird langsam gefährlich, gell? Bei drei Mehrheit. Geschlechterung der Ökobilanz. Ja, aber Leute, damit ist die Folge für heute wieder rum. Ja, genau. Für heute. Wir verabscheuen uns. Und? Wir verabscheuen uns. Ja, genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Player 2070. Together. Spiel gespeichert. Speichert schon mal. Genau. Wenn es euch gefallen hat, was ich mir nicht vorstellen kann, dass euch sowas gefällt. Oh, doch. Das gefällt euch bestimmt. Dann bitte bei mir einen Daumen nach oben. Und wenn es nur aus Mitleid ist. Und bei Bloody bitte einfach nur Hate-Kommentare, Shitstorm, bitte. Und natürlich de-abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wieder. Tschüss. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.